Explosion in Feststoff-Testanlage für das NASA-SLS SpaceX Booster B1067 fliegt mit 27 Starts und Landungen zu neuem Rekord Trump-Regierung will NASA-Wissenschaftsetat halbieren Ist die Raumfahrt in Gefahr? Lichtverschmutzung gefährdet Extreme Large Telescope in Chile Trotz aller Spannung Russland und USA verlängern ISS-Deal bis 2027 Blue Origin fliegt mit Promis, echte Raumfahrt oder nur PR und Starship Flug 9 rückt näher Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an Die Raumfahrt ist unfassbar spannend gerade Wenn du diese Entwicklung nicht verpassen möchtest, genau unbedingt abonnieren Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum Noch sehr wenig Hintergründe bekannt, aber am 16. April erschütterte eine Explosion das Northrop Grumman Testgelände in Utah Ein ganzer Gebäudekomplex wurde dabei zerstört Augenzeugen berichten von einem lauten Knall und dunklem Rauch über der Anlage Die gute Nachricht, es gab wohl keine Verletzten Noch ist unklar, was genau die Detonation ausgelöst hat Das Gelände wird zur Herstellung und Erprobung von Feststoffaketenmotoren genutzt Unter anderem für das SLSM Atemmessprogramm der NASA Ich halte euch auf dem Laufenden, sobald es mehr gesicherte Informationen gibt In der Starbase laufen die Vorbereitungen für den nächsten großen Testflug Booster 14 befindet sich aktuell in Mega Bay 1 Das ist eine der beiden großen Integrationshallen in der Starbase Der knapp 70 Meter hohe Super Heavy Booster ist für den 9. Vollintegrierten Testflug des Starship-Systems vorgesehen Er hatte bereits einen erneuten Triebwerkstest bestanden Es war der erste statische Feuertest eines bereits geflogenen Starship Boosters Nun wird er für das sogenannte Stacking mit der Oberstufe vorbereitet Wenn ein Booster nach dem Static Fire in die High Bay einzieht, dann beginnt für gewöhnlich die heiße Phase der Startvorbereitung Obwohl noch keine offizielle Startankündigung vorliegt, sind die Anzeichen sehr deutlich Sollte Booster 14 demnächst mit Chip 35 verbunden werden, steht der nächste große Schritt an Inklusive eines möglichen zweiten Fangversuchs der ersten Stufe Ob die zweite Stufe die Serie von Explosionen der Version 2 Chips durchbrechen kann, das bleibt abzuwarten Auch die Startinfrastruktur in der Starbase zuckt vor einem möglichen Start Die Chopsticks, also die beweglichen Greifarme des Startturms A, wurden diese Woche erstmals seit langem wieder aktiviert Das Chopstick-System war zuletzt vor und nach dem Static Fire von Booster 14 im Einsatz Seitdem blieben sie still bis jetzt Das SpaceX Chopsticks nun wieder bewegt, deutet klar auf anlaufende Vorbereitung für Flug 9 hin Die heiße Phase für Flug 9 beginnt also Auch wenn es dann erst richtig ernst wird, wenn die Tankfarm dann eisig kalt wird und gefährlich brodelt Ich habe die Woche auch eine kleine brodelnde Tankfarm bei mir zu Hause gehabt Trockeneis gekühlt kam meine Prep My Meal Box nach Hause Du hast keine Zeit zu kochen, aber trotzdem Bock auf gesundes Essen Oder legst dir ich gerade viel Wert auf Eiweiß für den Muskelaufbau Dann pass auf, bei Prep My Meal bekommst du genau das, was dir im Alltag oft fehlt Gesunde, richtig leckere Mahlzeiten, die in ein paar Minuten fertig sind Kein Kochen, kein Einkaufen, kein Vorbereiten Einfach aus dem Gefrierfach nehmen, aufwärmen, fertig Die Lieferung, die kommt tiefgekühlt an deinem Wunschtag Und mit meinem Link und dem Code senkrechtstarter bekommst du 5% Rabatt auf deine Prep My Meal Bestellung Ob du gerade vom Training kommst, noch schnell was zwischen zwei Webcalls brauchst Prep My Meal liefert dir echtes Essen mit top Nährwerten 100% natürlich, ohne Zusatzstoffe, ohne Bullshit Und das Beste, du sparst dir nicht nur Zeit, sondern auch jede Menge Nerven Kein Supermarkt, kein Kochen, kein Vorkochen am Sonntagabend Einfach nur aufwärmen und genießen Klingt gut, oder? Mit Prep My Meal ziehst du deine Ernährung auch easy durch, wenn es im Alltag mal stressig wird Hol dir jetzt deine Portion Fitnessfood fürs Büro oder unterwegs Mit meinem Link und dem Code senkrechtstarter bekommst du 5% Rabatt Findest du auch unten in der Beschreibung Auch die Raumfahrt bleibt hungrig Eine weitere spannende Woche liegt hinter uns Am Montag, 14. April, da startete SpaceX früh morgens mit einer Falcon 9 Und brachte Starlinks erfolgreich in den Orbit Für den eingesetzten Booster B1067 war es der 27. Flug Damit ist er jetzt offiziell der am häufigsten eingesetzte Falcon 9 Booster aller Zeiten Gestartet wurde von Cape Canaveral mit 27 Starlink-Satelliten an Bord Der Falcon 9 Booster ist mittlerweile auch zurück im Hafen B1067 hat nach seinem 27. Flug erneut sicher mit dem Drone-Chip Port Canaveral erreicht Seit seinem Erstflug im Juni 2021 hat Booster 1067 neben sehr vielen Starlink-Satelliten Unter anderem Crew-Missionen, Cargo-Dragon-Flüge, GPS-Satelliten und auch europäische Galileo-Satelliten in den Orbit gebracht Bei jedem Rückflug wurde der Booster inspiziert gewartet und dann wieder fit gemacht Auch am Montag, 14. April, um 15.30 Uhr MESZ hob Blue Origins New Shepard zur suborbitalen Mission NS-31 von West Texas ab Die jüngste Blue Origin-Mission NS-31 sorgte mit ihrer prominenten rein weiblichen Besatzung nicht nur für Schlagzeilen, sondern auch Kritik Sängerin Katy Perry, Journalistin Gayle King und Pilotin Lauren Sanchez, auch Verlobte von Amazon und Blue Origin-Gründer Jeff Bezos Die flogen gemeinsam mit drei weiteren Frauen an Bord der New Shepard-Rakete für gut 10 Minuten ins All Richtig ins All, war es ein bisschen weniger, also die 100 Kilometer, die Grenze zum Weltraum, die wurde überschritten Aber der gesamte Flug, der ging nur etwa 10 Minuten Es war die erste rein weibliche Besatzung, die die Grenze zum Weltraum überschritten hat, seit Valentina Tereshkova 1963 alleine die Erde umrundet hat Die Blue Origin-Mission NS-31 war dagegen suborbital, also im Vergleich zu Tereshkovas Flug Ich habe das Ganze live auf NTV kommentiert und bei aller Kritik an diesem Flug als PR-Stand und Reichenvergnügen sei vielleicht darauf hingewiesen, dass die Eisenbahn, das Auto und Flugzeuge lange Zeit auch Vergnügen der Reichen waren bevor sie einer breiten Bevölkerungsschicht zugute kamen Mitfliegerin Gayle King verteidigte den Flug öffentlich auch mit den Worten Es geht nicht um Glamour, sondern um Sichtbarkeit und Inspiration Die Botschaft der Raumfahrt ist nicht nur Männersache Ja und die Statistik gibt ihrem Anliegen recht Von 692 Menschen, die bisher den Weltraum erreicht haben, waren nur 75 Frauen Am Mittwoch, den 16. April, da brachte Northrop Grumman eine Minotaur 4 mit der geheimen Nutzlast Enrol 174 vom kalifornischen Vandenberg ins All Die Minotaur 4 basiert auf ausgemusterten Interkontinentalraketen des Typ Peacekeeper Mit einer Nutzlastkapazität von 1,7 Tonnen in den niedrigen Erdorbit zählt die Minotaur 4 zu den Micro-Launchern Am Samstag, 19. April, hob in China eine lange Marsch 4b mit einer unbekannten Nutzlast von Taiji One ab Auch am Samstag SpaceX eine Verknein mit geheimdienstlicher Mission Enrol 145 Vor den Starts der vergangenen Woche schon ein Ausblick auf die kommende Woche Die deutsche Raumfahrtfirma Atmos Space Cargo steht kurz vor einem bedeutenden Meilenstein Am 22. April soll die Rückkehrkapsel Phoenix im Rahmen der SpaceX-Mission Bandwagon 3 zum ersten Mal in den Orbit fliegen Die Phoenix-Kapsel, wir sind ja in Deutschland, ist mit einem innovativen aufblasbaren Hitzeschild ausgestattet Der nicht nur als thermischer Schutz beim Wiedereintritt dient, sondern auch als eine Art Hochgeschwindigkeitsfallschirm Was wir machen bei Atmos ist, wir entwickeln Technologie, um jede Art von Fracht aus dem Weltraum wieder zurück auf die Erde zu bringen Das kann Biomedizin sein, die im Weltraum gemacht wird Das kann Produktion von Halbleitern oder von hochreinen Glasfasern sein Das können aber auch Verteidigungsanwendungen sein Oder sogar wiederverwendbare Raketenstufen Das Spannende bei unserer Technologie ist, die ist extrem skalierbar Also sehr, sehr leichtgewichtig Und ich kann gleichzeitig alles von einem 50-Kilogramm-Experiment bis zu einer 25-Tonnen-schweren Raketenstufe zurückbringen Und was wir jetzt machen, sind die letzten Vorbereitungen für unseren ersten orbitalen Flug Während des anstehenden Testflugs wird die Kapsel vier wissenschaftliche Nutzlasten transportieren Darunter ein Strahlungsdetektor des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt Und ein Bioreaktor des britischen Unternehmens Frontier Space Langfristig plant Atmos Space Cargo weitere Missionen mit Phoenix Insgesamt sind sieben zusätzliche Flüge bis 2027 vorgesehen Die Entwicklungen, die könnten völlig neue Möglichkeiten für Forschung und Industrie eröffnen Etwa für die Rückführung empfindlicher Materialien oder Biotech-Experimente aus der Mikrogravitation Der erste orbitale Flug wird nächste Woche stattfinden Und das ist tatsächlich das erste Mal in der europäischen Geschichte, dass ein kommerzielles Unternehmen versucht Etwas aus dem Weltraum zurück auf die Erde zu bringen Ist dementsprechend natürlich auch ein riesen Schritt vorwärts für Europa Wir hatten Glück, unser senkrecht Starter Admin Patrick konnte bei einem Flugtest in Illertissen dabei sein Ziel des Tests war die Erprobung eines neu entwickelten Kamerasystems Das den Wiedereintritt der Phoenix-Kapsel in der Erdatmosphäre filmen soll Um realistische Bedingungen zu simulieren, flog ein zweites Flugzeug in mehreren Kilometern Entfernung Ein sogenannter Phoenix-Simulator Das Beobachtungsflugzeug, das war mit einem Kamerasystem ausgestattet Das auf die Zielverfolgung der Kapsel hin optimiert ist Senkrecht Starter bedankt sich ganz herzlich bei Atmos Space Cargo für die Einladung Und die Möglichkeit, diesen spannenden Test hautnah mitzuerleben Die NASA hat übrigens bereits erfolgreich einen aufblasbaren Hitzeschild Mit atmosphärischem Wiedereintritt und weicher Wasserlandung demonstriert Also alles andere als eine aufgeblasene Idee Das Wissenschaftsbudget der NASA, das steht mit dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2026 Dagegen vor einer Implosion Das Budget für das Science-Missionsdirektorat, das soll von 7,5 auf nur noch 3,9 Milliarden US-Dollar sinken Eine Kürzung um fast 50 Prozent Besonders betroffen wären dabei die Bereiche Astrophysik, Heliophysik und Erdbeobachtung Die Finanzierung für bereits geplante oder laufende Missionen wie das Nancy Grace Roman Space Telescope Die Mars Sample Return oder das Earth System Observatory, die würden stark eingeschränkt oder sogar gestrichen Noch ist unklar, wie der Kongress über den Entwurf entscheiden wird Doch die Sorge um eine neue Ära der Stagnation in der US-Raumfahrtforschung, die ist groß Im niedrigen Erdorbit soll erstmal ein Programm fortgeführt werden Und zwar bei NASA und Roskosmos Das Sitztauschabkommen für Flüge zur internationalen Raumstation ISS soll bis 2027 verlängert werden Dieses Abkommen, das ermöglicht Flüge von NASA-Astronauten auf russischen Soyuz-Raumschiffen Und im Gegenzug von russischen Kosmonauten auf US-amerikanischen kommerziellen Raumfahrzeugen wie SpaceX Crew Dragon Gar kein so unwahrscheinliches Szenario und damit eine gute Vorsichtsmaßnahme Die Station, die ist in einen russischen und einen US-geführten Teil unterteilt Die unterschiedliche Aufgaben für den Betrieb der Station haben Das Abkommen, das bleibt ein reines Tauschgeschäft ohne finanzielle Ausgleichszahlung Zwischen den beiden Raumfahrtagenturen, Stichwort Bartern Trotz politischer Spannung betonen beide Seiten die Bedeutung der Zusammenarbeit Für den kontinuierlichen und sicheren Betrieb der ISS Bahnbrechende Entdeckung bei Exoplanet K218b Forscher haben mit Hilfe des James Webb Teleskop Erstmals Hinweise auf Dimethylsulfid in der Atmosphäre des rund 124 Lichtjahre entfernten Himmelskörpers gefunden Auf der Erde wird Dimethylsulfid ausschließlich von marinen Mikroorganismen produziert Also ein möglicher biologischer Fingerabdruck K218b gilt als sogenannter Hycianplanet mit globalem Ozean und wasserstoffreicher Atmosphäre Ob das ideale Bedingungen für Leben sind? Wir werden sehen Die Forscher mahnen noch zur Vorsicht Zwar ist es der bislang deutlichste Hinweis auf außerirdisches Leben Doch andere nicht biologische Ursachen für das Dimethylsulfid, die können noch nicht ausgeschlossen werden Klar ist aber, die Entdeckung gilt als ein Meilenstein bei der Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems Steile These von mir Das würde die Menschheit kulturell verändern Die Entdeckung von extraterrestrischem Leben Vermutlich auch die Wahrnehmung von Raumfahrt Das Extremely Large Telescope der europäischen Südsternwarte in der chilenischen Atacama-Wüste Das macht sichtbare Fortschritte Mit einem 39,3 Meter großen Hauptspiegel wird das ELT das größte optische Infrarotteleskop der Welt First Light wird nun für 2029 erwartet Doch der Blick ins All, der könnte getrübt werden In unmittelbarer Nähe plant ein Industriekonsortium unter dem Namen INNA Ein großflächiges Industrieprojekt Erste Analysen zeigen bereits 5% mehr Lichtverschmutzung Die könnten die empfindlichen Messungen des ELT erheblich nachteilig beeinträchtigen Die europäische Südsternwarte ESO Die fordert nun dringend Schutzmaßnahmen Um das wissenschaftliche Potenzial des Milliardenprojekts nicht zu gefährden Interessiert euch das Extremely Large Telescope mehr? Dann schreibt mir gerne unter dem Video Für großes Aufsehen hatte letztes Jahr die Explosion der RFA Erststufe bei einem statischen Feuertest gesorgt Viele hielten damit ESA Aerospace für den aussichtreichsten Kandidat für die erste deutsche Orbitalrakete Nach dem vorzeitigen Ende der Spektrum auf ihrem Erstflug ist das deutsche Rennen in den Orbit jetzt wieder komplett offen Könnten wir meiner Meinung nach auch mehr feiern Wir haben zwei aussichtsreiche Kandidaten für diesen historischen Meilenstein in Deutschland Die Rocket Factory Augsburg bekommt einen neuen Chef Prof. Dr. Indulis Kalnes übernimmt ab sofort den Vorsitz der Geschäftsführung Und lest damit Dr. Stefan Tverasa ab Kalnes ist in der Branche kein Unbekannter Der erfahrene Raumfahrtingenieur bringt jahrzehntelange Expertise und ein internationales Netzwerk mit Und kennt RFA bereits seit der Gründung Er war unter anderem Geschäftsführer der OAB Orbital Access GmbH Und hat an der Hochschule Bremen eine Professur für Satellitentechnik und Elektronik Sein Fokus soll laut RFA der erfolgreiche Erstflug der RFA-1-Rakete noch in diesem Jahr sein Auch der RFA-Aufsichtsrat setzt ein klares Zeichen Mit Kalnes Ernennung wolle man technologische Fortschritte priorisieren Hauptanteilseigner der OAB Marco Fuchs betont Wir müssen unsere gesamte Energie auf die Technik und den ersten Start konzentrieren Brieschenk und Spurmann bleiben der Führungsriege der RFA erhalten Die RFA muss jetzt zeigen, dass Europa beim Micro-Launcher-Wettlauf vorne mitspielen kann Rocket Factory Augsburg, mein erster Außeneinsatz überhaupt Damals war Senkrechtstarter noch ganz ganz klein Muss ich unbedingt mal wieder hin Dass ich Außeneinsätze machen kann, das verdanken wir alle den Senkrechtstarter-Schutzengeln Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung Ja, wenn auch du aktiv dabei mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern Genau, unter dem Video ist ein Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft Als kleines Dankeschön gibt es ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung Und die Außeneinsätze in der ungekürzten Langfassung Keine Langfassung, sondern um eine lange Marsch geht es jetzt Am 16. April, da wurde die Trägerrakete vom Typ Langermarsch 2F Mit dem Raumschiff Shenzhou 20 zum Startplatz des Jingkwan-Satellitenstartzenters gebracht Der Start der Mission, der ist für den 24. April geplant Die Identität der drei Astronauten, die wird traditionell ja erst einen Tag vor dem Start Bekanntgegeben Und nein, chinesische Astronauten, die nennt man nicht Taikonauten Ein hartnäckiger Fehler westlicher Medien Die Mission, die soll wieder etwa sechs Monate dauern Und die aktuelle Besatzung der Tiangong-Raumstation ablösen Auf dem Plan, da stehen wissenschaftliche Experimente, Außenbordeinsätze und Wartungseinsätze Schnell noch die Starts der kommenden Woche Am Montag, 21. April Da bringt eine Falcon 9 vermutlich mit CRS-32 Nachschub zur ISS Kurz darauf folgt in der Nacht auf Dienstag Bandwagon 3 Die Rycher-Mission von SpaceX, ebenfalls mit Falcon 9 Mit dabei, wie gesagt, das deutsche Startup Atmos mit Wiedereintrittsmission Am Dienstagabend, 22. April, dann eine lange Marsch 8 von Wincheng An Bord befinden sich G60 Internet-Satelliten Die 1000-Segel-Konstellation, die soll ja bis 2027 aus fast 1300 Satelliten bestehen In den letzten acht Monaten, da wurden 90 Satelliten gestartet Am Freitag dann ein Starlink-Doppelpack Erst eine Falcon 9 vom Cape und dann eine vom kalifornischen Vandenberg Den Abschluss bildet eventuell Firefly Aerospace mit Message in der Booster Soll am Sonntag, 27. April starten Der kleine Launcher Alpha, der startet ebenfalls von Vandenberg Der Start, der wurde mehrfach verschoben Mal schauen, ob er jetzt diese Woche stattfindet Hast du auch gerade Hunger? Mit meinem Link und dem Code Senkrechtstarter bekommst du 5% Rabatt auf deine PrepMyMeer-Bestellung Findest du auch in der Beschreibung Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen Wenn ja, den Like nicht vergessen Wenn du es noch nicht gemacht hast, hier abonnieren Die Raumfahrt ist krass spannend Passiert wöchentlich so viel und da kommt noch ganz, ganz, ganz viel Also abonnieren echt eine gute Idee Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal Immer schön senkrecht bleiben Dein Mau Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal